Die koordinierte Weltzeit, kurz UTC, ist die heute gültige Weltzeit. Eingeführt wurde sie 1972. Aus einer Zeitangabe in UTC ergibt sich die entsprechende in Deutschland, Österreich und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende mitteleuropäische Zeit, indem man eine Stunde, und die im Sommer geltende mitteleuropäische Sommerzeit, indem man zwei Stunden addiert. Im Gegensatz zur Universalzeit, die den Schwankungen der Erdrotation stetig folgt, indem die Länge der Zeiteinheit angepasst wird, folgt die UTC diesen Schwankungen mit Hilfe von Schaltsekunden. Während ihr Sekundentakt jener, der gleichmäßig mit SI Sekunden durchlaufenden internationalen Atomzeit ist, Anwendung. UTC wird als Weltzeit überall dort für Zeitangaben benutzt, wo eine weltweit einheitliche Zeitskala benötigt wird, in der Luftfahrt und Seefahrt. In der synoptischen Meteorologie, für den wissenschaftlichen Gebrauch, soweit er nicht unmittelbar an der Zeitmessung beteiligt ist oder speziellere Ansprüche stellt. Teilweise für internationale Projekte, die sich über mehrere Zeitzonen erstrecken. Auf der internationalen Raumstation in der Antarktis, in den digitalen Kontrollgeräten von Nutzfahrzeugen, in internationalen Fernmeldediensten, auf vielen internationalen Internetportalen wie zum Beispiel der englischsprachigen Wikipedia, Kurzwellenrundfunk, in E-Mails, im Amateurfunk, von der koordinierten Weltzeit werden, ausgehend vom Noel Meridian, der durch den Londoner Stadtteil Greenwich verläuft. Die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet. UTC selbst wird für die westeuropäische Zeit, die in Großbritannien, Irland und Westafrika noch immer Greenwich Mean Time genannt wird, als Zonenzeit verwendet. Herkunft der Abkürzung Vor Normierung der Abkürzung ergab sich aus der in der englischen Sprache genutzten Bezeichnung Coordinated Universal Time die Abkürzung CUT. Aus der französischen Variante Temps Universal Core Don hingegen TUC. Die Internationale Fernmeldeunion sowie die Internationale Astronomische Union hatten jedoch das Bestreben, eine gemeinsame Abkürzung für alle Sprachen zu etablieren. Um keine der beiden Sprachen zu bevorzugen, wurde daher als international einheitliche Abkürzung der Kompromiss UTC gewählt, der sich auch alphabetisch in die anderen Ableitungen der Universal Time einordnet. Das C steht aufgrund dieser Festlegung für die koordinierten Schaltsekunden. Notation Die UTC besteht aus Uhrzeit und Kalenderdatum als vollständige Datumsangabe. Bei nationalen oder regionalen Zeitzonen steht meist der Hinweis, um wie viele Stunden diese von der UTC abweichen. Beispielsweise entspricht UTC plus 1 der mitteleuropäischen Zeit und UTC plus 2 der mitteleuropäischen Sommerzeit wie auch der osteuropäischen Zeit. Die beiden Zeitzonen westlich und östlich der Datumsgrenze, die beide eine um zwölf Stunden von der UTC abweichende Uhrzeit haben, in denen aber das lokale Datum unterschiedlich ist, werden mit UTC minus 12 und UTC plus 1 2 angegeben. Diese allgemeine Zeitzone wurde insbesondere in der Luftfahrt und der NATO mit dem Buchstaben Z bezeichnet. Z steht hierbei für Zero. Daher spricht man auch von Z-Zeit oder Zulu-Zeit. Z steht für Zero Meridian, also Null Meridian. Jedoch ist diese Zeitangabe so grob, dass sie sowohl für UTC als auch für UTC stehen kann. Mittlerweile wird der Begriff Z-Zeit in der Luftfahrt jedoch nicht mehr genutzt, sondern nur noch von UTC gesprochen. Bei Wettermeldungen und bei US-Regierungsstellen findet man allerdings noch die Zulu-Zeiten. Die Angabe 1350Z bedeutet 13.50 Uhr Universal Time Coordinated. Siehe auch ISO 8601. GPS-relevante Werte, beispielsweise zur Kalibrierung von Navigations-Geräten, werden mit UTC niemals mit Z gekennzeichnet. Die Standardzeit in Deutschland, Polen, Österreich, der Schweiz und Italien ist die mitteleuropäische Zeit, die gleich der UTC plus einer Stunde ist. Das Militär bezeichnet diese auch als Alpha-Zeit. Während der Sommerzeit gilt die mitteleuropäische Sommerzeit, die der UTC plus zwei Stunden entspricht. Im NATO-Bereich mit dem Code Bravo-Zeit bezeichnet ein Praxisbeispiel aus der Luftfahrt. Alle Zeiten werden intern als UTC-Zeit angegeben, zum Beispiel UTC 13.52 Uhr. Ein Pilot, der diese Zeit sieht, schaut in einem Verzeichnis nach. Welche Abweichung für seinen Aufenthaltsort gilt zum Beispiel LT, also Ortszeit Berlin ist gleich UTC plus eins. Er rechnet nun, zum Beispiel 13.52 Uhr plus ein Uhr ist gleich 14.52 Uhr Ortszeit Berlin. Dies gilt aber nur im Winter, bei Sommerzeit müsste er nicht eine, sondern zwei Stunden hinzurechnen. Eine Zeitangabe in der Form 14.52 Uhr UTC plus 01.00 Uhr bedeutet also 14.52 Uhr Ortszeit für eine Zeitzone, die der UTC eine Stunde voraus ist, zum Beispiel im EZ. Wenn Datums- und Zeitangaben kombiniert werden, sollte die Datumsangabe vollständig sein. Die Zeitangabe kann mit reduzierter Genauigkeit angegeben werden. Die Zeitangabe am 12. April 1985 wird wie folgt dargestellt. Grundformat Erweitertes Format Sofern nicht aus dem Zusammenhang eindeutig klar ist, welche Zeitzone gemeint ist, ist immer anzufügen, welchen Offset zur UTC die angegebene Zeit besitzt. Grundformat Erst damit wird die im Beispiel angegebene Uhrzeit eindeutig als UTC identifizierbar. Auch wenn eine Zeitangabe in UTC erfolgt, ist dies durch Anfügen der Zeitzone kenntlich zu machen. Bezug UTC Die UTC geht gegenüber der internationalen Atomzeit nach. Am 1. Juli 2015 betrug die Differenz zwischen UTC und Teil minus 36 S. Durch das Einfügen weiterer Schaltsekunden in die UTC wird sich diese Differenz vergrößern. Verwaltung Die Koordination der UTC ist Aufgabe des internationalen Büros für Maß und Gewicht. Dessen konsultative Committee for Time and Frequency, das aus Mitgliedern und Beobachtern verschiedener Zeitinstitute besteht, sorgt für die weltweite Koordinierung der UTC. Zeitinstitute verwalten weltweit die UTC für nationale Zwecke, so zum Beispiel die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und das Eich- und Vermessungswesen. Zeitgenössische Institut für Metrologie. Deren Darstellungen werden dann zum Beispiel als UTC für Deutschland, als UTC für Österreich und als UTC für die Schweiz bezeichnet. Die UTC ist über die Zeitserver via Internet abrufbar.